Marille, Mohn ist für Schauspieler ganz schlecht wegen Dizenz. Da hat man dann immer die Mohnkörner drin. Beides. Ich liebe die Berge. Ich bin eine richtige Bergfix. Ötscher ist ein bisschen höher. Glaube ich jedenfalls. Hallo, mein Name ist Christina Sprenger und ich bin Jurorin beim Ethos Award in der Kategorie Kunst und Kultur. Kunst bereichert das Leben. Kunst erweitert den Horizont. Kunst verbindet. Also, bewerben Sie sich jetzt.